Als ich das letzte Mal hier aufgetreten bin, erinnere ich mich, dass ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich jeden Morgen in den Arm kneifen muss, um das zu glauben, was um uns herum passiert. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe inzwischen aufgehört, mich in den Arm zu kneifen, weil wir leben ja inzwischen wirklich in der offenen Psychiatrie. Also wir erleben zurzeit Pazifisten, die gar nicht genug Krieg bekommen können. Wir erleben Klimaschützer, die Millionen von Menschen in Hunger und Armut treiben. Und wir erleben Politiker, denen ihre Wähler vollkommen egal sind, die das auch noch öffentlich bekannt geben und die ihre Inkompetenz mit Vorliebe in Talkshows zur Schau stellen. Also man muss aufpassen, dass man sich von diesem Irrsinn nicht anstecken lässt. Denn eins ist ganz sicher, dieser ganze Irrsinn ist gewollt. Also es besteht eine Absicht dahinter, all das, was um uns herum passiert, passiert mit Vorsatz. Und ich muss da immer an den Satz des amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt erinnern, der mal gesagt hat, nichts in der Politik passiert umsonst. Wenn du glaubst, dass etwas umsonst passiert und du guckst näher hin, dann wirst du erfahren, dass es alles geplant war. Und ich denke, dass dieser ganze Irrsinn um uns herum im Moment besonders einem Ziel dient. Wir alle sollen nämlich immer wieder auf die Politik starren und uns von der Politik dann in gewisser Weise wahnsinnig machen lassen. Und genau das halte ich für einen ganz großen Fehler. Weil die Politik ist nicht das Entscheidende. Also die Politik hat in den letzten Jahrzehnten ohnehin wenig Spielraum gehabt. Und die Politik hat in unserer Zeit so gut wie überhaupt keinen Spielraum mehr. Es gibt ganz andere Kräfte im Hintergrund, die entscheiden und die das bestimmen, was unser Leben bestimmt. Und ich denke, das Erste, was uns dabei zugemutet wird, ist, dass wir tatsächlich darauf reinfallen sollen, dass wir uns dann ereifern sollen und dass wir an diesen ganzen politischen Diskussionen teilnehmen sollen. Ich finde, das Wichtigste, was man in dieser Situation machen kann, ist nicht auf die Politik zu achten. Weil das alles ist nichts als ein riesiges, inszeniertes Theater, um uns alle von den wirklichen, wichtigen Vorgängen in unserer Welt abzulenken. Und eine der Folgen davon besteht darin, dass man dem Glauben verfallen kann, dass wir auf dem Weg in eine multipolare Welt sind. Also im Moment wird ja sehr viel inszeniert, sodass die einen, die auf der Seite Russlands sind, die anderen auf der Seite der NATO sind, dann gibt es noch China dabei und da gibt es dann immer so die Tendenz der Leute, ich muss parteiergreifen für die eine oder für die andere Seite. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Fehler. Ich glaube, wir sind nicht auf dem Weg in eine multipolare oder noch multipolarere Gesellschaft, sondern wir sind auf dem Weg in die unipolarste Gesellschaft, die es jemals gegeben hat. Es gibt nämlich in unserer Zeit in Wirklichkeit nur noch eine große Kraft, die alles beherrscht. Und diese eine große Kraft, das ist niemand anders als der digital finanzielle Komplex. Und dieser digital finanzielle Komplex ist zurückzuführen auf zwei Prozesse, die wir in den letzten, sagen wir ungefähr 50 bis 70 Jahren erlebt haben. Also zum einen ist das die Finanzialisierung der Weltwirtschaft und zum anderen ist das die Digitalisierung der Wirtschaft. Die Finanzialisierung der Wirtschaft hat begonnen in den 70er Jahren. Also wir haben ja nach dem zweiten Weltkrieg zuerst einmal die Phase des Nachkriegsbooms gehabt, die so ungefähr 1975 zu Ende gegangen ist. In diesem Nachkriegsboom haben die großen Banken, besonders der Wall Street, riesige Summen verdient und zwar hauptsächlich über die Kreditvergabe, weil die Industrie ja so geblüht hat und immer neue Kredite gefordert hat. Das alles ist Mitte der 70er Jahre zu Ende gegangen und ab da haben die Banken nicht mehr so viel Geld wie vorher verdient. Die Banken haben aber in den 25 Jahren vorher so viel Macht bekommen, dass sie die Politik drängen konnten, ihnen neue Möglichkeiten des Geldverdienens zu eröffnen. Und genau das haben wir erlebt ab 1975. Die Politik hat sofort auf die Banken reagiert und hat ab Mitte der 70er Jahre angefangen zu deregulieren. Und deregulieren, das bedeutet nichts anderes, als dass die Politik angefangen hat, immer mehr Regeln abzuschaffen, die die Finanzwirtschaft vorher eingeengt haben. Also es wurden damals Hedgefonds erlaubt, die waren vorher verboten, deswegen, weil sie zu große Risiken eingehen konnten. Es wurden Aktienrückkäufe erlaubt, die vorher verboten waren, weil sie als Manipulation der Märkte galten. Es wurden diverse neue Finanzinstrumente eingeführt, Finanzprodukte eingeführt, die ungeheuer riskant waren, die man vorher niemals hätte einführen dürfen, deswegen, weil sie als eben zu riskant erkannt worden waren. Also auf diese Art und Weise ist der Finanzwirtschaft Tür und Tor für eine ganz neue Methode des Geldverdienens eröffnet worden. Und das haben die großen Banken natürlich zu ihren Gunsten ausgenutzt. Also wir haben dann innerhalb der Finanzialisierung drei große Phasen erlebt. Die erste Phase war die, in der die Investmentbanken immer stärker geworden sind. Das war so in den 70er und 80er Jahren. Also man muss dazu kurz erklären, Investmentbanken sind anders als Geschäftsbanken. Also normale Geschäftsbanken dürfen nicht mit den Einlagen ihrer Einleger spekulieren. Investmentbanken dürfen das. Also diese Investmentbanken haben wegen der Deregulierung immer mehr spekulieren dürfen und sind dadurch immer größer geworden und dadurch ist natürlich der Finanzsektor nach und nach selbst auch immer größer geworden. Also das war das eine, die erste Phase, dass die Investmentbanken immer stärker wurden. Die zweite Phase war die, in der die Hedgefonds dann immer stärker wurden. Also Hedgefonds sind nichts anderes als Banken, die aber nicht als Banken gelten. Also Banken haben ja bestimmte Regulierungen. Banken müssen bestimmten Eigenkapitalvorschriften genügen. All das müssen Hedgefonds nicht. Hedgefonds sind also nichts anderes als Banken, die aber nicht als Banken gelten und deswegen viel mehr riskante Geschäfte machen dürfen. Was damals nicht gesagt wurde, ist, dass ganz viele Banken, nachdem die Hedgefonds erlaubt wurden, selbst Hedgefonds gegründet haben. Also eigentlich war die Einführung von Hedgefonds nichts anderes, als dass man den Banken erlaubt hat, Hedgefonds zu gründen und damit Geschäfte zu machen, die ihnen eigentlich verboten waren. All das hat natürlich die Sicherheit im Finanzsystem unglaublich unterhöhlt, hat aber auch dazu geführt, dass immer größere Gewinner gemacht wurden und immer größere Risiken eingegangen wurden. Und dann gab es im Rahmen der Finanzialisierung eine dritte Phase, die hat eingesetzt so ungefähr um die Jahrhundertwende, also so ungefähr mit dem Jahr 2000, da sind dann die Vermögensverwalter immer größer geworden. Vermögensverwalter, dazu gehören solche Firmen wie Blackrock, Vanguard, Fidelity und State Street, das sind die vier größten unter denen. Die verwalten die Vermögen einmal von Ultrareichen, natürlich auch von Pensionsfonds, von Versicherungen, also von ganz großen Investoren und die haben inzwischen also unglaubliche Ausmaße angenommen. Wenn man sich das heute ansieht, die zehn größten Vermögensverwalter in unserer Zeit verwalten ungefähr 45 Billionen US-Dollar. Das ist also mehr als das Bruttoinlandsprodukt der USA, Chinas, Japans und Deutschlands zusammengekommen. Also das sind die vier größten Volkswirtschaften der Welt. Die erwirtschaften in einem Jahr nicht so viel, wie die zehn größten Vermögensverwalter im Moment an Vermögen verwalten. Und dann muss man noch eins dazu sagen, dass bei diesen Vermögensverwaltern auch eine Art Pyramidenstruktur herrscht. Ganz oben an der Spitze stehen als erster Blackrock. Blackrock verwaltet zurzeit ungefähr 10 Billionen. An zweiter Stelle steht Vanguard, die verwalten ungefähr 7,5 Billionen. Und das Wichtige ist, dass Vanguard der größte Aktionär von Blackrock und Blackrock der größte Aktionär von Vanguard ist. Die sind also auch noch verschwistert. Und noch interessanter ist das Phänomen, dass die beiden auch noch die größten Aktionäre von sechs der nächsten acht größten Vermögensverwalter der Welt sind. Also wir sehen, da ist eine Vermögenskonzentration entstanden, die so groß ist, dass es das in der Geschichte der Finanzwirtschaft vorher noch nicht gegeben hat. Also wir haben es mit einer ungeheuren Macht zu tun, die viel stärker ist als die Wallstreetbanken, die immerhin das letzte Jahrhundert weitgehend beherrscht haben. Also wir haben es jetzt mit der größten Finanzmacht, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat, zu tun. Und neben dieser Finanzmacht hat sich noch eine zweite Macht herausgebildet. Und das ist die große IT-Industrie. Das sind die großen Digitalkonzerne. Also den meisten von uns heute ist das kaum noch bewusst, dass die Ära der Digitalisierung ja erst in der Mitte der 75er Jahre überhaupt erst angefangen hat. Also Unternehmen wie Microsoft und Apple sind erst in den 70er Jahren gegründet worden. Die anderen Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Microsoft und dann später auch noch Facebook sind ja alle viel später dazugekommen. Also Amazon in den 90er Jahren, Facebook erst 2004. Aber diese IT-Unternehmen haben eine explosionsartige Entwicklung hinter sich gebracht, weil die ein Geschäftsmodell verfolgt haben, was es so vorher auf der Welt noch nicht gegeben hat. Also die haben die Digitalisierung auch anderer Unternehmen vorgenommen. Also die haben ja nicht nur selber etwas entwickelt und Produkte auf den Markt gebracht, so wie den Personal Computer, sondern die haben vor allem die Digitalisierung anderer Unternehmen vorangetrieben. Dadurch, dass sie das gemacht haben, haben sie natürlich einen Einblick in deren Innerstes bekommen, was vorher niemand gesehen hat. Also wenn ein Unternehmen wie meinetwegen Microsoft zum Beispiel die Software liefert, um ein anderes großes Unternehmen, meinetwegen BASF, zu digitalisieren, dann muss Microsoft aufgrund seines Geschäftsauftrages natürlich ganz genau wissen, wie es mit allen Datenflüssen und allen Finanzflüssen bei BASF aussieht. Das heißt, Microsoft weiß anschließend alles über BASF. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was unglaublich einträglich ist, weil wir leben nämlich ungefähr seit 20, 30 Jahren in einer Gesellschaft, in der das alte Sprichwort Geld regiert die Welt nicht mehr gilt, sondern in der gilt, Geld und Daten regieren die Welt. Also wer heute Daten besitzt, ist genauso reich wie jemand, der Geld in seiner Tasche hat. Und diese Ära hat dazu geführt, dass diese fünf größten Konzerne im IT-Bereich, das sind also Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook, dass die zusammen mindestens, also fast genauso viel oder genauso viel Macht an sich gerissen haben, wie im Finanzbereich die eben genannten Vermögensverwalter. Also wir haben es mit zwei Großmächten zu tun in unserer Zeit, die jede für sich eigentlich alles schon in den Schatten stellen, was die Welt jemals gesehen hat. Aber jetzt kommt noch der nächste Punkt. Diese beiden Kräfte haben sich nämlich in den letzten 10, 15, 20 Jahren auch noch zusammengetan und ihre Zusammenarbeit gerade in den letzten zwei, drei Jahren noch einmal ganz gewaltig verstärkt. Also das ist so, dass die großen Vermögensverwalter gleichzeitig die Hauptaktionäre von diesen fünf IT-Konzernen sind. Also ob das jetzt Amazon, Alphabet oder Apple ist, da sind die immer die größten, die Hauptaktionäre. Der einzige IT-Konzern, bei dem das noch nicht der Fall ist, das ist Facebook. Bei Facebook hält also der Gründer und Hauptunternehmer von Facebook, Mr. Zuckerberg, der hält selber noch das größte Aktienpaket. Aber bei allen anderen Vieren ist es so, dass die Hauptaktionäre die großen Vermögensverwalter sind. Das heißt, die Vermögensverwalter steuern die natürlich durch ihr Geld jetzt von hinten. Nur gibt es aber auch eine andersherum geartete Beziehung. Es ist nämlich so, dass die IT-Konzerne jetzt zu einem Teil auch wiederum die Vermögensverwalter digitalisiert haben. Also nur ein Beispiel dazu. Microsoft hat in den letzten Jahren Vanguard weitgehend digitalisiert und BlackRock hat seine Datenbank, die größte Finanzdatenbank, die es auf der Welt gibt, die heißt Aladin, die hat BlackRock hochgeladen in das Netzwerk oder in die Cloud, und zwar die Asia Cloud von Microsoft. Also da ist eine gegenseitige Abhängigkeit entstanden. Da haben sich zwei Giganten miteinander verbunden und sind auf Gedeih und Verderb heute sich gegenseitig ausgeliefert. Und das ist in meinen Augen die Großmacht, die uns alle in dieser Zeit regiert und die alles andere in der Hand hält. Die Frage ist jetzt, die sich an dieser Stelle stellt, wie halten die die ganze Welt in der Hand? Also gibt es da irgendwelche Hinterzimmer? Es wird ja immer davon geredet, von sogenannten Verschwörungstheorien, dass sich also Bill Gates und Larry Fink in irgendwelchen Hinterzimmern treffen. Aber ich denke, das ist ja alles ziemlicher Humbug. Das wird uns Kritikern ganz oft unterstellt. Das hat alles mit der Wahrheit sehr wenig zu tun. Diese Großmacht, dieser digital finanzielle Komplex ist viel zu intelligent, um auf solche Art und Weise uns alle hinters Licht zu führen. Also die haben das auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Die haben nämlich ganz viele Organisationen in den letzten 20, 30 Jahren ganz langsam unterwandert, einige Organisationen auch selbst gegründet und andere Organisationen einfach in ihre Macht gebracht. Also das Erste, was dieser digital finanzielle Komplex unter seine Kontrolle gebracht hat, schon vor vielen Jahren, das sind die Regierungen. Weil heute kann keine Regierung mehr gegen diesen digital finanziellen Komplex regieren. Das ist absolut unmöglich. Und das haben wir auch gesehen, also dafür gibt es auch historische Beispiele. Ein Beispiel, was ich immer gerne an der Stelle nenne, ist das Beispiel Griechenlands im Jahre 2015. In Griechenland ist 2015 die Syriza gewählt worden. Die Syriza ist eine austeritätskritische Organisation gewesen, die damals gedroht hat, die Austeritätspolitik in Griechenland zu beenden. Und diese Regierung droht, diese Partei drohte damals, die Mehrheit bei den Wahlen zu bekommen. Und das haben die Regierungen in Europa da einfach gemacht. Die haben die EZB eingesetzt, die ja den Regierungen in Europa unterstellt, ist die Europäische Zentralbank und haben Griechenland zwei Wochen vor der Wahl von allen Finanzströmen abgeschnitten. Und das Ergebnis dessen war, dass die Politiker der Syriza umgefallen sind und dass die nach der Wahl genau das Gegenteil dessen durchgesetzt haben, was sie ihren Wählern vor der Wahl versprochen hatten. Also da kann man sehen, wie der digital finanzielle Komplex die Regierungen in die Knie zwingen kann. Der digitale finanzielle Komplex ist auch in der Lage, jeden Markt der Welt in jede von ihm gewollte Richtung zu drücken. Und wir wissen alle, dass Regierungen lange Marktschwankungen nicht überstehen können. Der digital finanzielle Komplex ist tatsächlich, der hat die Möglichkeit, jede Regierung zu dem zu zwingen, was ihnen gerade in den Sinn kommt und was ihm gerade nützt. Und ganz wichtig sind dabei auch die Zentralbanken, die ich ja gerade schon erwähnt habe. Also der digital zentrale Komplex steuert die Politik der Zentralbanken ungefähr seit dem Jahr 2000. Aber seit dem Jahr 2008 hat er noch viel, viel mehr Macht über die Zentralbanken gewonnen. Und zwar im Jahre 2008 haben wir ja die große Weltfinanzkrise gehabt. Damals drohten ja einige Länder zusammenzubrechen und damals mussten die Zentralbanken eingreifen. Wir hatten vorher schon eine Krise 1998, da stand das Weltfinanzsystem schon mal auf der Kippe und da ist es damals gerettet worden von mehreren Großbanken, die sich zusammengetan haben. Die hat die Rettung damals ungefähr vier Milliarden Dollar gekostet. Aber 2008 in der Weltfinanzkrise waren die Summen, um die es ging so groß, dass die Zentralbanken einspringen mussten. Und die Zentralbanken brauchten vor allem eines damals, die brauchten Informationen. Und Zentralbanken sind eben Behörden. Und Behörden sind langsam und träge und oft sehr schlecht informiert. Aber die Zentralbanken brauchten damals dringend Informationen über das weltweite Finanzsystem. Und diese Informationen, die hatte damals nur eine Organisation und das war BlackRock. BlackRock betreibt nämlich seit 1988 das Finanzdatenanalyse System Aladin. A-L-A-D-D-I-N. Und dieses Datenanalyse System ist das größte und das umfangreichste Analysesystem, das es im Finanzbereich gibt. Und auf dieses Datenfinanzsystem greifen heute auch alle Großkonzerne zurück. Das kann auch bestimmte Planspiele durchführen. Also ich kann mich als Großkonzern gegen einen, ich glaube, sechsstelligen Betrag da einklinken und dann kann ich auch bestimmte Planspiele durchführen. Dann kann ich sagen, also was ist zum Beispiel mit meinem Aktienkurs, wie wird der sich entwickeln, wenn es im nächsten Frühjahr zum nächsten Lockdown kommt oder wenn der Ukraine-Krieg weiter ausgeweitet wird oder falls es zu einem Kriegsausbruch um Taiwan kommt, wie werden sich die Finanzmärkte dann entwickeln. Also dieses Finanzdatenanalyse System, das baut auf künstlicher Intelligenz auf und ist im Moment in der Lage, Dinge zu erzeugen, also auch Zukunftsszenarien zu erzeugen, die kein Mensch mehr erzeugen kann. Der Nebeneffekt von dieser ganzen Sache ist, was viele gar nicht wissen, ist, viele Leute sprechen ja heute darüber, dass wir davon bedroht sind, dass die künstliche Intelligenz unser Leben so ganz langsam übernimmt. Die künstliche Intelligenz hat die Finanzindustrie schon längst übernommen und zwar seit spätestens 2008. Seitdem dieses Datenanalyse System Alladin die Grundlage aller Entscheidungen der Großbanken ist. Also das hat auch dazu geführt, dass BlackRock von den ganz großen Zentralbanken dann als Partner engagiert wurde. BlackRock sitzt seitdem bei der Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank, bei der EZB, bei der Bank of England mit am Tisch und entscheidet mit, wo diese ungeheuren riesigen Summen neu geschöpften Geldes, in welche Kanäle die geleitet werden. Und man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass BlackRock dafür sorgt, dass die alle in die Taschen von BlackRock geleitet werden oder zumindest in die Taschen von Unternehmen, an denen BlackRock ganz wesentlich beteiligt ist. Also nochmal, der digital finanzielle Komplex ist in der Lage, einmal alle Regierungen in die Richtung zu drängen, in die er sie gedrängt haben möchte und er kann die Politik der Zentralbanken entscheidend beeinflussen oder sogar steuern. Der dritte Bereich, in dem der digital Zentrale Bank Komplex heute das Sagen hat, das sind die Medien. Dazu muss man sich nur angucken, wem die großen Medien gehören. Also in den USA muss man sich nur die zehn größten Medienunternehmen ansehen und dann mal einfach bei Google eingeben, wer sind die größten institutionellen Aktionäre und da wird einem auffallen, dass es immer wieder die gleichen Namen sind. Es sind immer wieder BlackRock, es ist immer wieder Vanguard, oft taucht auch Fidelity auf, oft auch State Street und manchmal auch noch zwei, drei andere Vermögensverwalter. Aber auf diese Art und Weise steuern die auch die ganzen Medien. Auch bei uns ist es nicht viel anders. Wir müssen nur angucken, wem die großen Medien gehören und von wem die finanziert werden. Also es gibt da auch noch eine andere Finanzierungsmöglichkeit, auf die ich noch ein bisschen später komme. Es gibt auch einige Stiftungen, die sich heute rühmen, dass sie guten Journalismus finanzieren, indem sie bestimmten Organen, auch gerade hier in Deutschland, viel Geld zukommen lassen. Wir wissen alle, dass der Spiegel gerne zugreift, dass die Zeit da gerne zugreift, wenn die Bill und Melinda Gates Stiftung mal wieder Geld locker macht. Wir wissen aber auch genauso gut, dass die Bild-Zeitung das im Aufsichtsrat an der Spitze der Bild-Zeitung, also Herr Döpfner sitzt, der auch ganz guten Zugang zu diesen großen Geldern hat. Ein weiterer Komplex nach den Medien, das ist die Wissenschaft. Die Wissenschaft wird heute auch vom digital finanziellen Komplex beherrscht. Die Wissenschaft ist heute in unserer Zeit wegen der Digitalisierung der Wissenschaft auch vom digital finanziellen Komplex durchdrungen. ist immer auf große Geldzahlungen angewiesen und diese großen Geldzahlungen kommen natürlich von den großen Finanziers und das sind eben die ganz großen Finanzkonzerne. Das sind heute eben die großen Vermögensverwaltungen. Des Weiteren sind es die NGOs, die sich der digital finanzielle Komplex weitgehend unterworfen hat. Also die bekanntesten davon dürften Greenpeace sein, da dürfte Amnesty International dazu gehören. Und die haben sich hauptsächlich auch die Stiftungen unterworfen. Und da komme ich zu dem nächsten Punkt und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Stiftungen spielen heute in der Welt auch eine ganz große und entscheidende Rolle. Also der digital finanzielle Komplex hat es so geschafft, sich selbst so aus der Schusslinie zu nehmen, dass kaum jemand den irgendwie wahrnimmt. Wir nehmen aber immer wahr, was dessen ganze Vasallen mit uns in Wirklichkeit vorhaben. Also wir lesen und wir konsumieren die Medien, die von denen gesteuert werden. Wir schicken unsere Kinder und unsere Enkel zu Universitäten, die auch vom digital finanziellen Komplex gesteuert werden. Wir lassen uns von NGOs informieren, die von denen gesteuert werden. Und natürlich spielen Stiftungen dabei auch eine ganz wichtige Rolle. Also die drei größten Stiftungen in der Welt oder sagen wir mal die bedeutendsten Stiftungen in der Welt, das sind einmal die von George Soros geleiteten Open Society Stiftungen, also das ist ein ganzer Komplex von Stiftungen. Dann die Bill und Melinda Gates Stiftung. Das ist die Stiftung, die über das höchste Kapital verfügt. Die verfügen über ein Vermögen von ungefähr 50 Milliarden Dollar. Und dann kommen wir zur letzten, zur dritten, das ist das World Economic Forum. Und dieses World Economic Forum mit Sitz in der Schweiz ist wahrscheinlich die politisch bedeutendste Stiftung in unserer Zeit. Also dieses World Economic Forum hat eine ganz eigene Geschichte und auf die will ich heute Abend eingehen. Also mit diesem World Economic Forum habe ich mich die letzten zwei Jahre etwas intensiver beschäftigt. Also ich bin ja in den letzten Jahren auch in Davos im Sommer in der Gegenveranstaltung immer aufgetreten. Und ich habe zu meinem Buch, was jetzt im Dezember erscheinen wird, auch sehr viel recherchiert um dieses World Economic Forum. Und ich muss sagen, ich bin da doch einige Male sehr überrascht gewesen, wie viel von dem, was um uns herum passiert, tatsächlich vom World Economic Forum und seinem Gründer Klaus Schwab angestoßen worden ist, in die Wege geleitet worden ist und tatsächlich auch dann in die Realität umgesetzt worden ist. Also dieses World Economic Forum ist gegründet worden im Jahr, also vor 51 Jahren, im Jahre 1971. Und 1971 ist auch ein besonderes Jahr in der Geschichte der Finanzwirtschaft gewesen. 1971 ist das Jahr gewesen, in dem der Dollar vom Gold abgekoppelt wurde. Und wer damals, also wer ungefähr so alt ist wie ich und damals schon ein bisschen von dem mitgekriegt hat, was im Finanzsystem sich abgespielt hat, der weiß, dass damals eine sehr große Unruhe im Finanzsystem geherrscht hat, weil viele haben damals gedacht, wenn der Dollar einmal vom Gold abgekoppelt wird, der war ja vorher 26 oder 28 Jahre ans Gold angekoppelt, dann wird das globale Finanzsystem schnell ins Wanken kommen und dann wird auch die Herrschaft der USA, also die Finanzhoheit der USA mit ins Wackeln kommen. Und da gab es natürlich einige einflussreiche Politiker der USA und einige einflussreiche Professoren, die sich darum Gedanken gemacht haben. Und einige der wichtigsten Professoren der USA damals, das waren Henry Kissinger, der später Außenminister geworden ist, der so als die ganz große graue Eminenz der Politik des letzten Jahrhunderts gilt. Ein anderer Politiker und gleichzeitig auch Professor an der Harvard Universität, genau wie Henry Kissinger, war John Kenneth Galbraith. Der war Präsidentenberater mehrerer Präsidenten, unter anderem von John F. Kennedy, war Wirtschaftsberater und war einer der bestvernetzten Menschen in der Welt. Ein Dritter, der in diesem Bunde eine ganz wichtige Rolle spielt, ist der Zukunftsforscher Hermann Kahn gewesen, der auch Professor an der Harvard Universität war und der selber auch die USA, die US-Regierung beraten hat und der einer derjenigen war, der im Vietnamkrieg sogar den Einsatz von Atomwaffen gefordert hat. Also es war so, dass man sich damals in Amerika große Gedanken gemacht hat und es gab auch große Gegenspieler in Europa. Es gab damals einmal in Frankreich einen Präsidenten namens Charles de Gaulle, der den Amerikanern nicht besonders wohlgesonnen war und es gab einen großen Unternehmer in Frankreich, ein Medienunternehmen namens Jean-Jacques Servant Schreiber. Der hat damals ein Buch geschrieben, die amerikanische Herausforderung, das ganz schnell zu einem Weltbestseller wurde und in dem damit gedroht wurde, dass die Amerikaner also den ganz Westeuropa überrennen würden, dass aber die Möglichkeit bestünde, dass wenn der Amerika wirklich die große Sorge vorhanden, was passiert, wenn dieser Dollar vom Gold abgekoppelt wird. Und ich denke, da hat ein junger Mann namens Klaus Schwab eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Klaus Schwab ist ein Deutscher, der in der Schweiz geboren ist, dessen Vater einen hohen Posten bei einer Schweizer Firma hat. Also Klaus Schwab ist 1938 geboren. Sein Vater ist kurz danach mit seinem Unternehmen von der Schweiz aus, also von Zürich aus nach Ravensburg nach Deutschland gegangen und hat in Deutschland die Kriegsproduktion für die Wehrmacht befördert. Also das war ein Unternehmen, was der deutschen Wehrmacht zugearbeitet hat und dann auch von den Nationalsozialisten mal als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet wurde. Also nur um so ungefähr den familiären Hintergrund von Klaus Schwab zu illustrieren. Also es war keine Familie, die zur Kritik gegen autoritäre Regime geneigt hat. Also Klaus Schwab ist dann, als der Krieg zu Ende war, mit seiner Familie wieder in die Schweiz gegangen, hat dort in der Schweiz zweimal studiert an renommierten Instituten, an renommierten Universitäten, einmal in Freiburg und einmal in Zürich an der ETH. Er hat dann seine Abschlüsse gemacht, einmal in Volkswirtschaft und einmal in Ingenieurswissenschaften, eigentlich nur auf Wunsch seines Vaters, gegen den eigenen Willen und ist dann Professor geworden an, ich glaube einer der französischsprachigen Schweizer Universitäten. Und er hat dann irgendwann Ende der 60er Jahre mal für ein Jahr einen Besuch der Harvard Universität abgestattet und hat da auch noch einige Diplome gemacht und ist da wohl dem Dekan der Universität aufgefallen, weil Schwab hat es damals geschafft, seine Kurse so günstig zu legen, dass er ein zweijähriges Studium in einem Jahr absolvieren konnte. Und interessant ist, dass Schwabs Professoren, dass zu Schwabs Professoren auch Henry Kissinger und John Kenneth Galbraith gehörten. Und die hatten damals die Idee, also man müsste amerikanische Geschäftsmethoden, amerikanische Management Methoden auch nach Europa bringen und europäische Manager zusammenschließen, um die auch in irgendeiner Art und Weise beeinflussen zu können. Und meine Vermutung ist die, dass damals diese beiden Kräfte zusammengetroffen sind und dass es da irgendwie zu einem Aha-Effekt gekommen ist und dass man gedacht hat, das Ganze könnte man ja über Klaus Schwab dann in Gang setzen und das Ganze auch in Europa dann in Gang setzen so, dass man selber so ein bisschen im Hintergrund bleibt. Also so wie der digital finanzielle Komplex das in unserer Zeit macht, immer schön unerkannt im Hintergrund zu bleiben, haben das da die Größen der amerikanischen Politik und Wissenschaft von der Harvard Universität, die ja in Amerika so eine der führenden Universitäten ist, wohl auch gemacht. Und ich habe mich dann mal informiert, wie denn das World Economic Forum zustande gekommen ist. Also Klaus Schwab hat dann eine Auszeit genommen, nachdem er fünf Jahre berufstätig gewesen ist in der Schweiz. Also Klaus Schwab hatte zum Zeit der Gründung des World Economic Forums, das am Anfang auch European Management Forum hieß, bis in die 80er Jahre hinein. Er hat zu diesem Zeitpunkt ganze fünf Jahre Berufserfahrung gehabt. Er hatte damals nach eigenen Aussagen einen Kredit aufgenommen über 50.000 Franken. Aber er hat es geschafft, im Januar 1971 insgesamt 444 Spitzenmanager aus 31 Ländern nach Davos zu bringen und dort mit den teuersten Rednern der Welt, nämlich John Kenneth Galbraith, Herman Kahn und einigen anderen Spitzenrednern zusammenzubringen und diese Leute für 14 Tage in Davos zu versammeln. Also da sind Top-Manager für 14 Tage aus ihrem Job ausgestiegen, nach Davos gefahren, haben dort gewohnt und tagsüber diese Kurse besucht und sind da auf diese Art und Weise konfrontiert worden mit den Spitzen der amerikanischen Wissenschaft und der amerikanischen Politik. Und dafür das Ganze mit 50.000 Franken zu organisieren, ist absolut unmöglich. Also in Davos, einem der teuersten Kurorte der Schweiz, Leute für 14 Tage unterzubringen, kostet sehr viel Geld und wenn man dann noch 444 Spitzenmanager unterbringen will, alles in irgendwelchen Luxushotels, dann braucht man mit ganz großer Sicherheit mehr als 50.000 Franken, die damals Klaus Schwab sich angeblich geliehen hat. Interessant ist, dass zu diesen Rednern sich damals auch noch gesellt haben bei der zweiten Versammlung, also der hat dann nach der ersten Versammlung, die er abgehalten hat, dann gleich fürs nächste Jahr die zweite Versammlung einberufen, ist in der Zwischenzeit ganz schnell noch zu den Behörden gegangen, hat dieses EMF, das European Management Forum, als Stiftung angemeldet, ist dann ganz offiziell abgesegnet worden und interessanterweise hat er sich damals auch noch mit der EU-Kommission, mit der Vorläuferin der EU-Kommission kurzgeschlossen. Damals hieß die EU ja noch Europäische Gemeinschaft. Er hat sich mit der Spitze der Europäischen Gemeinschaft zusammengeschlossen nach dem ersten Symposium und es geschafft, dass die Europäische Gemeinschaft die Schirmherrschaft für alle weiteren Treffen dann übernommen hat. Also er hat gleich die schützende Hand der ganz großen Politik damals nicht nur aus Amerika, sondern auch aus Europa über sich gehabt. Und ganz interessant war dann auch noch das Timing des zweiten Kongresses. Der zweite Kongress fiel nämlich im Januar 1972 zusammen mit der Unterzeichnung des neuen EG-Vertrages, bei dem klargemacht wurde, dass Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich auch noch in die EG mit eintreten. Also die drei Länder sind damals neu dazugekommen in die Europäische Gemeinschaft und das genau an den drei ersten Tagen, an denen dieses Symposium abgehalten wurde. Und was so die politische Einstellung geht, da ist Folgendes ganz interessant. Einer der Redner bei dieser zweiten Veranstaltung war Werner von Braun. Werner von Braun, der in Deutschland ja gelebt hat und dann von den Amerikanern rübergeholt worden ist nach dem zweiten Weltkrieg, um dort die NASA mit aufzubauen. Also zu Werner von Braun noch ein paar Informationen. Er ist 1940 in die SS eingetreten, 1942 zum SS-Sturmbannführer ernannt worden und hat als Raketeningenieur maßgeblich an der Entwicklung der V2-Rakete, auch Aggregat 4 genannt, für die deutsche Wehrmacht sich beteiligt. Und mit dieser Rakete sind bis Kriegsende 1945 über 3000 Ziele in England, Belgien und Frankreich beschossen worden und unzählige Zivilisten dabei gestorben worden. Also es hatte damals offensichtlich keine Hemmungen, so einen Redner auftreten zu lassen. Und interessant ist auch noch, wer eigentlich als Hauptredner bei dem zweiten Treffen auftreten sollte, ganz kurz vorher aber abgesagt hat. Das war Hermann Josef Abs. Hermann Josef Abs war damals der Chef der Deutschen Bank und hatte auch eine ganz interessante Vergangenheit. Der hatte nämlich vorher im Dritten Reich im Aufsichtsrat der IG Farben gesessen, hatte an der Arisierung, also an der Enteignung von Vermögen jüdischer Deutscher mitgewirkt, hatte als Vorstandsmitglied der Deutschen Bank Kriegskredite zur Finanzierung der nationalsozialistischen Rüstungspläne von neutralen Ländern eingeholt und war nach Kriegsende in Jugoslawien in Abwesenheit als Kriegsverbrecher verurteilt worden. Also das nur zu der politischen Einstellung der Leute, die damals dieses European Management Forum eingeleitet und gegründet haben und diese Treffen abgehalten haben. Im Hintergrund war noch eine Organisation an dieser ganzen Sache beteiligt und das war der Club of Rome. Der Club of Rome hat dann bei der dritten Veranstaltung seinen Gründer Aurelio Pizze hingeschickt und Aurelio Pizze ist gleichzeitig der Verfasser eines Buches, das es damals zum Weltbestseller gebracht hat. Und das waren die Grenzen des Wachstums. In den Grenzen des Wachstums hat der Club of Rome damals den Leuten sehr viel Angst gemacht vor der Industrialisierung, dem Bevölkerungswachstum, der Unterernährung, der Ausbeutung von Rohstoffreserven und der Zerstörung von Lebensraum. Und das Interessanteste daran ist die Konsequenz, die der Club of Rome daraus gezogen hat. Die Konsequenz des Club of Rome war nämlich, es müsste unbedingt die Weltbevölkerung reduziert werden. Das hat damals also schon sehr viel Anstoß erregt und man konnte sehen, dass bei diesen dritten Treffen also das Ganze so ein bisschen ins Wangen gerät, dass Klaus Schwab dann sehr vorsichtig sein musste. Und er hat tatsächlich auch gleich ganz, ganz raffiniert reagiert. Er hat nämlich bei der gleichen Sitzung, nachdem Aurelio Pizze gesprochen ist, hat er nämlich einen sogenannten Ethik-Code veröffentlicht, das Davoser Manifest. Und in diesem Davoser Manifest waren lauter Ethikregeln festgelegt, also dass man bestimmte Sachen beachten müsste. Und da ist immer wieder zurückgegriffen worden auf sein Konzept des Kapitalismus. Und das ist das ganz Interessante, dass das ideologische Grundkonstrukt des World Economic Forum oder damals des European Management Forum bis heute eigentlich das Gleiche ist. Das ist nämlich das des Stakeholder-Capitalismus, also Stakeholder-Kapitalismus. Das ist ein Begriff, der im Gegensatz steht zu dem Shareholder-Kapitalismus. Also die Neoliberalen, also da gibt es ja den Milton Friedman, den großen Neoliberalen, der ja immer ein sehr großer Zyniker gewesen ist. Der hat gesagt, die wichtigste Aufgabe eines CEOs, eines großen Unternehmens ist, möglichst viel Wert für die Aktionäre rausholen. Also auf Biegen und Brechen müssen die Aktienkurse in die Luft gehen, in die Höhe gehen. Das ist das Allerwichtigste. Und Klaus Schwab hat dem entgegengesetzt, nein, das ist nicht das Wichtigste. Es kommt auch darauf an, dass alle anderen zufrieden sind. Es kommt auch darauf an, dass der Umweltschutz beachtet wird. Es kommt darauf an, dass wir die Gewerkschaften mit ins Boot nehmen. Er hat all diese ganzen moralischen Appelle immer an die Leute gerichtet. Aber in Wirklichkeit ist daraus nie etwas entstanden. Er hat nie irgendwann eingegriffen, als irgendein Unternehmen jemals gegen diese Prinzipien verstoßen hat. Das war also im Grunde nichts anderes als ein Feigenblatt für die Öffentlichkeit, hinter dem man wunderbar agieren konnte. Weil die ganzen Unternehmer, die dann in das World Economic Forum gegangen sind, haben dann plötzlich sich alle zum Stakeholder-Kapitalismus bekannt und dann gesagt, ja, mit dem Shareholder-Kapitalismus haben wir nichts mehr zu tun. Das hat natürlich in der Öffentlichkeit groß gewirkt. Und Klaus Schwab hat dann auch noch etwas ganz Raffiniertes gemacht. Der hat dann, wenn sich der Neoliberalismus von seiner aller hässlichsten Seite gezeigt, auch die Gegenseite immer in Davos zur Geltung gebracht. Also er hat zum Beispiel 1973, als in Chile General Pinochet geputscht hat und damals die Neoliberalen aus der Chicago School of Economics ins Land geholt hat, also Milton Friedmans Jünger, und die damals also wirklich unglaubliche soziale Verwüstung in dem Land angerichtet haben, da hat er plötzlich einen brasilianischen Erzbischof, der so als Engel der Armen galt, nach Davos gehabt. Und dieser Erzbischof hat dann ungeheuer gewütet gegen die Sucht nach Reichtum und die Sucht nach Bereicherung, aber merkwürdigerweise in seinen ganzen Ausführungen nicht einmal die Vorgänge in Chile erwähnt. Aber in der Öffentlichkeit ist das damals auch wieder gut angekommen, weil Klaus Schwab und das World Economic Forum und damals das European Management Forum standen plötzlich da wie Leute, die wirklich auf diese ethischen Punkte da wirklich Rücksicht nehmen. Gut, dann ist das Forum in einem immer weiter explodiert, hat dann 1975 zum ersten Mal ausländische Gäste auch aus Südamerika, also von anderen Kontinenten begrüßt. 1976 sind dann sogar schon 26 hochrangige Delegationen aus Entwicklungs- und Schwellenländern da aufgetaucht. 1976 hat das Forum auch einen Quantenschwung in seiner Entwicklung gemacht, nämlich das erste europäisch-arabische Symposium für wirtschaftliche Zusammenarbeit organisiert. Und das ist auch wieder ein ganz interessantes Phänomen. 1973 haben wir es ja mit der großen Ölkrise zu tun gehabt. Und diese große Ölkrise hat natürlich die westeuropäischen und die amerikanischen und die weltweite Großindustrie in große Schwierigkeiten gebracht, hat aber auch große Möglichkeiten gebracht. Denn wenn die Preise in die Höhe gehen, gibt es Möglichkeiten. Wenn die Preise sinken, gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die hat Schwab immer relativ schnell erkannt und deswegen hat er sofort zugegriffen, oder nicht sofort, sondern im Abstand von zwei oder sagen wir einem Jahr, nachdem diese Ölpreiserhöhung sich ausgewirkt hatte. Und da die größten 1.500, die wichtigsten Manager zusammengebracht. Also im Grunde ist diese Organisation nichts anderes, als eine ganz gewaltige Lobbyorganisation der Großunternehmen, die natürlich daran interessiert sind, ihr Vermögen und ihre Macht immer weiter zu erweitern. Und nach diesem 76er-Treffen hat Klaus Schwab dann auch noch etwas eingeführt, nämlich ein Mitgliedschaftssystem für die tausend führenden Unternehmen der Welt. Und diese tausend führenden Unternehmen, das sind heutzutage die großen strategischen Partner des World Economic Forum. Und diese großen strategischen Partner, die lassen sich ihre Mitgliedschaft einiges kosten. Also ich habe nachgeguckt im Jahre 2011, das ja immerhin schon zehn Jahre zurückliegt, lag der Jahresbeitrag für eines dieser Unternehmen bei 500.000 Franken. Es gab unter den, also die großen Industrieunternehmen, die strategischen Partner, sind bei 1.000 gedeckelt. Also es dürfen nicht mehr als 1.000 werden. Die haben damals schon 500.000 bezahlt. Ich weiß, in der Zwischenzeit war es irgendwann mal 700.000. Ich weiß nicht genau, was die heute bezahlen, aber man kann davon ausgehen, dass es vermutlich noch etwas mehr ist als damals. Und es gibt eine große Schlange von Unternehmen, also von Unternehmen, die Schlange stehen, die gerne in diese 1.000 reingenommen würden, weil diese Unternehmen natürlich über unglaubliche Informationen innerhalb des Kreises des WEF verfügen. Also die haben da den Zugang zu allen möglichen Informationen, die nach außen natürlich nicht preisvergeben werden, die das World Economic Forum sammelt, weil das World Economic Forum ist heute wohl eine der größten Sammelstellen für industriell benutzbare Informationen. Also auch andere Organisationen sind im World Economic Forum organisiert. Es gibt da zum Beispiel zurzeit noch 250 Gründungsmitglieder, die auch relativ viel zahlen. Die haben vor zehn Jahren 50.000 bezahlt. Dann gibt es noch die 250 Stammmitglieder, die etwa 250.000 gezahlt haben. Also da gibt es eine ganz große Gruppe von Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld haben, sodass das World Economic Forum sich über seine finanzielle Situation also überhaupt keine Gedanken machen muss. Also man muss sagen, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, war das World Economic Forum auf dem Weg zu einer wirklich unglaublich einflussreichen Organisation in der Welt zu werden. Und das hat sich dann sogar noch weiter an Geschwindigkeit gewonnen, und zwar im Jahre 1978. Im Jahre 1978 hat der chinesische damalige Führer Deng Xiaoping, der hat damals verkündet, die Abkehr von der Planwirtschaft und die Hinwendung zur Marktwirtschaft. Und der erste, der damals bei ihm aufgetaucht ist, das war Klaus Schwab. Klaus Schwab hat prompt reagiert und Deng Xiaoping sofort eingeladen zum nächsten Davoser Symposium. Deng Xiaoping ist zwar nicht erschienen, hat aber die erste offizielle und hochrangig besetzte chinesische Delegation zu dem nächsten Treffen geschickt. Und dieses nächste Treffen wurde von niemanden anders geleitet als vom damaligen britischen Premier Ted Heath. Also da kann man sehen, auf welcher Ebene sich das Forum damals schon bewegt hat. Und auf welcher Ebene sich im Jahre 1981 dann finanziell bewegt hat, wie wichtig der Einfluss im Bereich der Finanzen schon geworden ist, lässt sich aus Folgendem ersehen. 1981 hat Schwab die Präsidenten der Zentralbanken Deutschlands, der Schweiz, der Niederlande, sowie den Chef des Internationalen Währungsfonds und den Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausbau gleich nach Davos eingeladen und sie mit den damaligen saudischen Wirtschafts- und Finanzministern zusammengebracht. Eines der Hauptthemen dieser hochrangigen Runde war die Angst der Industrienationen vor wirtschaftlichem Machtverlust wegen der Ölkrise, die vorher passiert war. Da sie aufgrund ihres hohen Ölverbrauchs von den OPEC-Staaten abhängig waren, sich von denen aber Geld leihen wollten, fürchteten sie deren zunehmende Finanzkraft und ihren eigenen dadurch sinkenden Einfluss auf die internationalen Finanzorganisationen, wie zum Beispiel den IWF. Am Ende der Unterredungen gaben Saudi-Arabien und der IWF in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass das Saudi-Arabische Königshaus der weltgrößten internationalen Finanzorganisationen, dem IWF, einen milliardenschweren Kredit zugesagt hatte. Welche Bedeutung diese Abmachung für das globale Finanzgefüge hatte, zeigte sich vier Monate später. Im Mai 1981 wurde bekannt, dass es sich um eine Summe von über 8 Milliarden Sonderziehungsrechten, dass es die Spezialwährungseinheit vom IWF handelte, das sind rund 10 Milliarden Dollar und damit der bis dahin höchste in der gesamten Wirtschaftsgeschichte vergebene Kredit. Also da kann man sehen, das Ganze ist damals von Klaus Schwab und seinen Mannen eingefädelt worden und da kann man sehen, welche Bedeutung diese Leute damals schon gewonnen haben. Eine andere wichtige Erneuerung hat es dann im folgenden Jahre gegeben, da ist nämlich eingeführt worden das Informal Gathering of World Economic Leaders, das informelle Zusammentreffen von weltweiten Wirtschaftsführern. Das ist ganz interessant, es handelt sich dabei nämlich um ein hinter verschlossenen Türen abgehaltenes, informelles und für die Öffentlichkeit unzugängliches Zusammensein, das offiziell dem besseren Kennenlernen dient und an dessen Ende es weder Kommuniqués noch Pressekonferenzen gibt. Also das ist ganz interessant, weil auf diese Art und Weise nichts anderes passiert ist, als dass der Parlamentarismus ganz langsam systematisch unterhöhlt worden ist. Also auf diese Art und Weise sind die ganzen Politiker direkt miteinander verknüpft worden, konnten direkt untereinander Abmachungen treffen und dann in ihre eigenen Regierungen zurückgehen, in ihre eigenen Parlamente zurückgehen und da Vorschläge machen, von denen sie vorher ganz genau wussten, wie die andere Seite dann reagieren würde. Also das ist nichts anderes als die Einrichtung eines Hinterzimmers, in dem auf höchster Ebene und ohne jede öffentliche Kontrolle Absprachen getroffen werden können und das Konzept widerspricht in eklatanter Weise genau der Offenheit und der Transparenz, deren sich das Forum in seinen ganzen Publikationen immer rühmt. Dann kam es in den 80er Jahren noch zu einer ganz interessanten Entwicklung, weil ab 1985 haben wir es in der Sowjetunion mit dem langsamen Abdanken der alten sowjetischen Garde zu tun. Das letzte Aufgebot dieser alten Garde war ja Michael Gorbatschow und das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, sehen, dass Michael Gorbatschow ja gerade jetzt nach seinem Tod von so vielen, auch sehr vielen, muss ich sagen, alternativen Quellen immer in höchsten Tönen gelobt wurde. Also da ist offensichtlich vergessen worden, dass Michael Gorbatschow nichts anderes gewesen ist, als das letzte Aufgebot der alten Garde stalinistischer und sowjetischer Führer. Der Mann hat versucht, die Sowjetunion noch zu retten, das ist ihm nicht gelungen. Der Mann war ein unglaublich wendiger Typ und hat sich dann sofort auf die neue Situation eingestellt und ist dann umgeschwenkt. Leider hat das einigen Menschen nicht viel genutzt. Also ich erinnere da nur an den Blutsonntag von Vilnius. In Litauen in Vilnius haben damals junge Menschen gegen die sowjetische Macht demonstriert. Die wollten damals, dass Litauen sich als unabhängig erklärt von der Sowjetunion, daraufhin Michael Gorbatschow seine Truppen da eingesetzt und da sind mehrere junge Menschen da erschossen worden. Das wird heute, wenn über Michael Gorbatschow gesprochen wird, sehr selten erwähnt. Genauso selten wird erwähnt die Tatsache, dass die Sowjetunion eigentlich eingegangen und gestorben ist an der Tatsache, dass der Ölpreis damals so stark eingebrochen ist und dass die Sowjetunion sich zwischen 1985, also schon unter Gorbatschows Führung, bis 1988 ungefähr versucht hat zu retten, indem sie ihre Partnerorganisation, also die Partnerländer, die anderen Länder, die im RGW, das ist der Rat für Gegenwirtseitige Wirtschaftshilfe, das war so etwas ähnliches wie die EWG für Europa, damals für die Ostblockstaaten, dass die Sowjetunion damals ihre Bruderländer dazu gezwungen hat, überhöhte Ölpreise zu bezahlen und damit selbst also den Grundstein dafür gelegt hat, dass in Ländern wie Bulgarien, Rumänien, Ungarn und so weiter die Regierungen auch in Schwierigkeiten geraten sind und dass dort die Planwirtschaften dann auch zusammengebrochen sind. Also Gorbatschow war nichts anderes als das letzte Aufgebot der sowjetischen Führung, aber das World Economic Forum hat sehr schnell mitgekriegt, der ist jetzt da drüben an der Spitze der Organisation. Außerdem, dieses Land scheint in Schwierigkeiten zu sein. Da gibt es natürlich eine große Möglichkeit, dass unsere westlichen Konzerne da reingehen können und deswegen hat man Michael Gorbatschow auch sofort nach Davos geholt, hat den da sehr hofiert und da seine Führer auf diese Art und Weise nach Russland ausgestreckt. Ganz interessant ist, dass man dann anschließend als Gorbatschow fallen gelassen wurde, das war glaube ich im Jahre 1989 und als Jelzin an die Macht gekommen ist, sofort Gorbatschow, sofort vergessen hat und sich sofort auf Jelzin gestürzt hat und dann Jelzin hochgehalten hat. Und dann ist etwas ganz interessantes passiert, weil Jelzin hat sich in Russland oder der damaligen Sowjetunion oder dem neuen Russland dann sehr schnell selbst diskreditiert und disqualifiziert. Also nachdem Jelzin das erste Mal gewählt wurde, sind seine Popularitätswerte immer weiter zurückgegangen in Russland und es war klar, er würde kein zweites Mal gewählt werden. Was dann passiert ist, ist wirklich interessant, dann hat das Davoser WEF, das hat die größten Oligarchen Russlands nach Davos eingeladen und diese Oligarchen, unter anderem ein großer Medienoligarch, haben sich zusammengetan und haben untereinander entschieden, dass eigentlich Jelzin doch für sie der beste Mann wäre. Und die haben dann den Wahlkampf für Jelzin organisiert. Der Medienmogul hat sämtliche russischen Medien dann darauf getrimmt, für Jelzin die Trommel zu schlagen und tatsächlich ist Jelzin dann wiedergewählt worden. Also man muss aus heutiger Sicht sagen, dass die Wiederwahl von Jelzin und damit die Einleitung der neuen Spitze in Russland eigentlich im Rahmen des WEF in Davos damals passiert ist. Ganz interessant ist, dass für uns Deutsche besonders interessant ist, dass auch die Wiedervereinigung Deutschlands, dass dabei auch Klaus Schwab und das WEF eine ganz große Rolle gespielt haben. Also nochmal zurückwirken, das WEF heißt seit 1987 WEF, vorher hieß es European Management Forum. Also 1987 dann umbenannt in World Economic Forum. Und 1990 nach der Öffnung der Mauer ist das erste Treffen zwischen Hans Modrow, damals dem letzten Staatsratsvorsitzenden der DDR, und Helmut Kohl, dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, das erste Treffen ist organisiert worden vom WEF und hat stattgefunden in Davos. Und das finde ich wirklich sehr interessant, dass damals dort die Weichen gestellt wurden für die endgültige deutsche Wiedervereinigung. Es ist nämlich so gewesen, dass damals gegen die deutsche Wiedervereinigung war die französische Regierung und gegen die deutsche Wiedervereinigung war auch die britische Regierung. Und es war damals nicht so ganz klar, welche Haltung denn die USA einnehmen würden. Und man kann nun sagen, dass Klaus Schwab ja schon die ganze Zeit immer zu einem großen Teil auch die Interessen der USA vertreten hat. Und in diesem Fall war das ganz eindeutig so, weil George Bush hat damals grünes Licht gegeben. Er hat damals zu Helmut Kohl gesagt, okay, unter folgender Bedingung. Meine Bedingung ist, dass wenn Deutschland wiedervereinigt wird, dass die DDR aus dem Warschauer Pakt austritt und dass die DDR sofort in die NATO mit eintritt in einem wiedervereinigten Deutschland. Und genau das ist in Davos beschlossen worden. Also damals ist in Davos beschlossen worden, die deutsche Wiedervereinigung auf der Grundlage der Tatsache, dass die DDR aus dem Warschauer Pakt austritt und in die NATO mit eintritt. Und das ist damals von Klaus Schwab und seinen Mannen mit organisiert worden. Also ein weiteres wichtiges Phänomen, das kurz darauf stattgefunden hat, was gar nicht direkt in Davos stattgefunden hat, ist die Veröffentlichung eines Buches. Und ich finde, das ist hochinteressant im Zusammenhang mit dem, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Und das ist nämlich ein Buch des Club of Rome, das heißt The First Global Revolution. Und in diesem Buch wurde die alte Forderung nicht nur aufgenommen des Club of Rome, dass man die Menschheit reduzieren müsste irgendwann. Da ging man sogar noch einen Schritt weiter. Da hat man nämlich überlegt, wie man der Menschheit diese Reduzierung der Bevölkerung auf diesem Planeten vielleicht schmackhaft machen könnte. Und da steht in diesem Buch allen Ernstes drin, man könnte dieses Ziel sogar mit Unterstützung der Bevölkerung weltweit durchsetzen. Man müsste dazu die Mehrheit zu diesem Zweck nur dafür gewinnen, in einem existenziellen Kampf gegen einen gemeinsamen Feind anzutreten. Und das finde ich ganz interessant, dieser gemeinsame Feind wurde dann genäher spezifiziert. Es wurde dann gesagt, dieser gemeinsame Feind, das könnten zum Beispiel klimatische Veränderungen sein, das könnten aber auch sein große Pandemien. Also da sind schon praktisch damals die Grundlagen für bestimmte Ideen gelegt worden, die dann später erst zum Tragen gekommen sind. Also interessant sind dann noch die nächsten Phasen. Ich will jetzt mal ein paar Phasen überspringen, weil das sonst unseren Rahmen heute Abend hier sprengen würden. Aber ganz interessant ist, dass das World Economic Forum dann immer mehr seine Fühler ausgestreckt hat nach China, dass es dann sehr stark zusammengearbeitet hat mit China, dass es dann ein eigenes Büro in China, in Beijing eingerichtet hat, mehrmals im Jahr dann auch in China Treffen veranstaltet hat und dass zu diesen Treffen auch immer ganz hochrangige offizielle chinesische Delegationen gekommen sind. In der Spätzeit der 90er Jahre war auch immer der Premierminister Chinas mit dabei. Also da kann man sagen, dass die Spitze des WEF und die Spitze der chinesischen Führung damals schon immer enger miteinander zusammengearbeitet haben. Aber ich mache jetzt nochmal einen kleinen Sprung zur Jahrtausendwende, weil mit der Jahrtausendwende wird es dann auch ganz interessant, weil das WEF dann angefangen hat, hat so ab, sagen wir vor der Jahrtausendwende, ab 92 auch noch etwas zu tun, was vorher keine Stiftung jemals auch nur angedacht hat. Weil Klaus Schwab ist offensichtlich, nachdem er damals die deutsche Wiedervereinigung eingerichtet hat, nachdem er angefangen hat, auf die russische Politik so in Einfluss zu nehmen, ist ihm wohl die Idee gekommen, dass man diese politischen Führer nicht nur irgendwie für sich benutzen könnte, sondern dass man möglicherweise die politische und vielleicht auch noch die kooperative Elite der Welt auch ausbilden könnte. Und so hat das World Economic Forum dann im Jahre 1992 ganz systematisch angefangen, die kooperative und die politische Elite der Welt auszubilden. Interessant ist, dass in dieser ersten, das waren dann immer Klassen, die über ein Jahr liefen, die dann Kurse bei der Harvard Universität gemacht haben, also diese Leute wurden nicht für ein Jahr kaserniert, sondern die mussten sich selbst bewerben. In der ersten Klasse mussten die Leute alle unter 43 Jahre alt sein und die mussten irgendwie schon führende Positionen irgendwo in der Wirtschaft oder in der Politik haben und die mussten also nach Klaus Schwabs Aussagen vielversprechende Aussichten für die Zukunft haben. Interessant ist, dass in diesem ersten Jahrgang der Class of 1993, also der Klasse, die 1992 angefangen hat und die dann die Klasse von 1993, also dem Abgangsjahr gewesen ist, dass in dieser Klasse schon unglaublich viele prominente Namen drin vorkamen. Also da drin in dieser Klasse waren Nicolas Sarkozy, da war Tony Blair mit dabei, da war Gordon Brown mit dabei, José Manuel Barroso war dabei, José Aznar, der spätiger Premierminister von Spanien, da war Bill Gates mit dabei, da war Richard Branson mit dabei. Also da war wirklich das Who is Who der wirklich reichen Leute und der wirklich einflussreichen Leute, die uns in den 2000er Jahren und spätestens in den 2010 Jahren dann begegnet sind. Ganz besonders interessant finde ich, dass Angela Merkel damals schon dabei war, die im Grunde ja zu der Zeit noch ein wirklich kleines Licht war, aber da muss man sagen, Angela Merkel ist der erste Zögling von Klaus Schwab, der es später dann wirklich in die Politik in ganz großem Stil geschafft hat und der auch sehr lange an der Macht geblieben ist. Also die anderen, die dann in der ersten Klasse saßen, so wie Tony Blair, haben sich ja relativ schnell aus dem Rampenlicht verabschiedet, wobei das auch sehr interessante Karrieren sind, weil die haben dann im Hintergrund eigentlich noch viel mehr bewirkt, als sie in ihren Posten als Premierminister bewirken konnten. Also eine ganz interessante Figur ist auch Juan Manuel Barroso, der mal portugiesischer Premierminister gewesen ist, der später auch EU-Kommissarspräsident ist, der aber heute eine ganz andere Rolle bekleidet, der ist nämlich heute der Vorsitzende der GAVI, also der Global Alliance for Vaccination and Immunization, also spielt eine ganz große Rolle im Gesundheitswesen von heute. Und dieses Gesundheitswesen spielt auch eine sehr große Rolle im Rahmen der weiteren Entwicklung des WEF, weil das WEF hat dann angefangen zusammenzuarbeiten mit einer der wohl finanzstärksten Stiftungen der Welt, nämlich der Bill und Melinda Gates Stiftung. Also zu dieser Stiftung muss man auch einiges sagen. Diese Stiftung ist von Bill Gates einmal gegründet worden, in einer Zeit, in der er wirklich ganz scharfen Gegenwind gehabt hat. Und zwar deswegen. In den 90er Jahren ist Bill Gates sehr stark angefeindet worden in den USA und hat eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren gegen sich gehabt, weil damals herausgekommen ist, dass Bill Gates sein Unternehmen Microsoft eigentlich auf einem Betrug aufgebaut hat. Also Bill Gates hat das Betriebssystem, mit dem er groß geworden ist, das Betriebssystem Windows, das ist ja aufgebaut auf diesem DOS-Betriebssystem, das hat er selber nie entwickelt, das hat er jemand anders abgekauft, leicht verändert und dann an IBM weitergegeben und als sein eigenes ausgegeben. Er hat den anderen dann zwar finanziell abgefunden, aber dem nicht gesagt, dass er damit bei IBM also riesengroße Möglichkeiten da sich selbst eröffnet hat. Also der hat den anderen abgefunden mit zweimal 25.000 Dollar. Er selber hat dann ein absolutes Milliardenvermögen gemacht, was zum Grunde zum großen Teil also auf diesem Betriebssystem MS-DOS aufbaut. Und er hat sich später auch dadurch ausgezeichnet, dass er Dinge ganz selten selber entwickelt hat, dass er aber immer eine gute Nase gehabt hat für das, was im IT-Geschäft so passiert und dass er immer aufgekauft hat und weiterverkauft hat. Aber es gab natürlich ganz viele Leute, die dann auf ihn wütend waren und die ihn dann angezeigt haben und es gab dann sehr viele Verfahren gegen ihn wegen Patentmissbrauch, wegen Lizenzbruch, wegen Geschäftsschädigung und so weiter. Und diese Prozesse, die haben sich dann summiert und sein Bild in der Öffentlichkeit ist dann immer schlechter geworden und er musste, ich vermute, auf Anraten seiner Anwälte etwas dagegen tun. Er hat dann im Jahre 1994 die Stiftung seines Vaters übernommen, die William Gates Stiftung. Er hat die bis 1998 dann weitergeführt, aber das hat nicht viel genützt. Also die Prozesse sind weitergeführt worden. Sein Bild in der Öffentlichkeit ist noch schlechter geworden. Aber dann hat er einen ganz geschickten Schachzug gemacht. Dann hat er diese Stiftung 1998 umbenannt in Bill und Melinda Gates Stiftung und hat seine Frau zur Geschäftsführerin gemacht und von da an ist seine Frau immer als Ansprechpartner für die Medien aufgetreten. Er hat dann immer so das Bild von einem liebenden Ehemann gezeigt, vorgebracht, der zu Hause ist, der sich um die Kinder kümmert, der sich ums Unternehmen kümmert. Aber sie ist diejenige, die also sich um die Stiftung kümmert. Und wir alle wissen ja, dass die Amerikaner sehr empfänglich sind für Soap Operas. Also im Stile einer Soap Opera wurde damals die Bill und Melinda Gates Stiftung den Amerikanern schmackhaft gemacht. Und das hat tatsächlich gewirkt. Bis zum Jahre 2000 ist der Ruf von Bill Gates viel besser geworden. Er hat in diesen Jahren allerdings auch mehrere Milliarden ausgegeben für außergerichtliche Einigungen. Also er hat all denen, die ihn verklagt waren, offensichtlich außergerichtlich Geld bezahlt, um diese Klagen dann abzuwimmeln. Und diese Klagen sind dann gegen ihn ab 2001 alle fallen gelassen worden. Interessant ist, dass er ab dem Jahr 2000 sich mit dem WEF zusammengetan hat. Und das erste, was die beiden zusammen gemacht haben, war, die haben die Organisation GAVI, also die Global Alliance for Vaccination and Immunization gegründet. Und der Grund war damals, der wurde offiziell bekannt gegeben, der Grund war damals, dass Bill Gates und seine Frau Melinda Gates plötzlich ihr Herz für die Kinder in unterentwickelten Ländern entdeckt hatten, die ja so viel in so großen Zahlen an vermeidbaren Erkrankungen sterben. Also das ist so das Soap-Opera-Märchen, was damals verbreitet wurde. Aber ich muss sagen, wer sich ansieht, mit welchen Methoden Bill Gates vorher gearbeitet hat und vor allem auch ansieht, mit welchen Methoden diese Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung später gearbeitet hat, der wird ganz berechtigte Zweifel an diesen Aussagen bekommen. Die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung wird nämlich geführt wie ein Großunternehmen. Diese Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung ist ganz groß investiert in Fast-Food-Konzernen. Also mit der Gesundheit nimmt man das da offensichtlich nicht so ernst. Sie ist aber auch ganz groß investiert in Rüstungskonzernen wie Northrop und Boeing. Also damit hat man auch keine Probleme. Also da gibt es irgendwie keine moralischen Hemmungen, wenn es darum geht, viel Geld zu machen. Seltsamerweise wird sehr viel von diesem Geld dann gespendet, offiziell eben für bedürftige Kinder in unterentwickelten Ländern. Wobei man sagen muss, also die Bedürftigkeit dieser Kinder in unterentwickelten Ländern, die liegt eigentlich ganz woanders. Also diese Kinder brauchen Ernährung und diese Kinder brauchen Hygiene. Das ist das Allerwichtigste. Also wer in einem, ich selber bin in Kenia gewesen, ich war mal in Kigali in Nairobi. Das ist eines der schlimmsten großen Obdachlosenlager der Welt. Da wohnen über 1,1 Millionen. Und wenn ich da reingehe, dann weiß ich, mit der Impfung ist da überhaupt nichts zu holen. Was man in diesen Slums machen muss, man muss dafür sorgen, dass dort vernünftige hygienische Zustände herrschen. Man muss da Toiletten installieren, man muss da Wasserleitungen installieren. Man muss Ländern, ganzen Ländern wie meinetwegen Kenia oder Tansania, denen muss man die Möglichkeit geben, die Bevölkerung mit normalem Trinkwasser zu versorgen. Das wäre das brennendste Problem dieser Länder. Stattdessen setzen diese Organisationen wie die Melinda Gates Stiftung auf die Impfung. Was steckt wohl dahinter? Und dahinter kann eigentlich nur eines stecken. Dahinter kann nur stecken, dass es sich hierbei um Digitalkonzernen handelt. Und dass diese Digitalkonzerne seit den 90er Jahren nur ein Ziel kennen. Und das ist die digitale Erfassung der gesamten Menschheit. Das ist das, was die in Wirklichkeit wollen. Die wollen, dass wir alle biometrisch erfasst werden. Der größte Traum von denen ist, dass wir alle 7 Milliarden Menschen auf der Welt über Gesichtserkennung erkannt werden können. Oder dass wir, wenn es tatsächlich nicht durchführbar sein soll, dass wir alle dann erkennbar sind über irgendeinen QR-Code, der in den letzten Jahren eingeführt worden ist. Aber auf jeden Fall, dass wir biometrisch erfasst werden. Und das Ganze lässt sich tatsächlich auch ein bisschen nachweisen, wenn man nämlich sieht, was diese Gavi im weiteren Verlauf gemacht hat. Also die Gavi war ganz entscheidend mit dabei, als im Jahre 2017 die ID2020 gegründet wurde. Also eines der Gründungsmitglieder von ID2020 war allen Ernstes die Gavi. ID2020 hat aber nichts anderes als Ziel, als die biometrische Erfassung der gesamten Menschheit. Also kann man sagen, dass da so langsam durchschimmert, wofür das Ganze wahrscheinlich in Wirklichkeit konzipiert worden ist. Und dann gibt es noch einige andere ganz interessante Dinge, die der Öffentlichkeit sehr wenig bekannt sind. Es gibt zum Beispiel das Known Travellers Digital Identity, die Organisation, die eingeführt wurde im Jahre 2015, wo auch solche Organisationen wie die Gavi im Hintergrund mit aktiv waren. Also diese Organisation, die hat vor, irgendwann einzuführen, dass man an allen Flughäfen der Welt einfach so durchgehen kann, wenn man vollständig als Reisender digital erfasst ist. Also wenn man seine ganze Historie, also seine ganzen persönlichen Daten und seine ganze Reisehistorie in einem Digital Code drin hat oder die irgendwie nicht auf einem Wearable hat, also auf seinem iPhone oder auf seiner iUhr oder meinetwegen in einem implantierten Chip drin hat, dann darf man durch alle Kontrollen durch. Und was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass dieses Projekt tatsächlich inzwischen schon eingeführt worden ist. Also inzwischen seit dem Jahr 2019 wird dieses Projekt aktiv durchgeführt und zwar interessanterweise von zwei Ländern, deren Premierminister ganz eng verbunden sind mit dem WEF. Der eine ist nämlich der kanadische Premierminister Trudeau, einer der Young Global Leaders und der andere ist Marc Rütte, der holländische Premierminister, der auch einer der absoluten Lieblinge von Klaus Schwab ist. Also der tritt bei allen großen Treffen in Davos immer auf und es gab im holländischen Parlament jetzt sogar einen Streit über einen Brief, in den Rütte abgestritten hat, jemals geschrieben zu haben, der aber dann im Parlament offen rumgereicht wurde, wo er sich an Klaus Schwab wendet. Also interessanterweise ist seit 2009, 10, 19 dieses Projekt in Gang und da geht es darum, dass Reisende, die von Kanada aus nach Holland einreisen, also das sind hauptsächlich die Flughäfen in Toronto und Montreal und der Flughafen Skipol in Amsterdam, dass dort Reisende, die also ihre ganze Biografie, ihre ganze Reisendenbiografie digital bei sich tragen, dass die einfach so durchgewinkt werden. Also das ist so der Traum der Digitalkonzerne und wenn man sich so ein bisschen mit der Digitalisierung und dem, was so im Zuge der vierten industriellen Revolution alles passiert befasst, dann weiß man, dass das wirklich der Traum ist, weil ich habe es heute selber wieder gemerkt, ich bin heute selber hier in München in einem Hotel abgestiegen, wo es keinen Empfang mehr gibt, wo ich mich vorne digital registrieren musste, was mir in meinem Alter nicht so ganz einfach gefallen ist. Also ich musste da irgendeinen Co, erstmal meinen Namen eingeben, dann musste ich suchen, über welchen Code ich mich einregistriert hatte, dann musste ich wieder auf, weil dann gab es eine Rückmeldung auf meine E-Mail-Adresse, dann habe ich mein Zimmer erfahren und dann habe ich den Zutrittscode für mein Zimmer bekommen. Dann konnte ich also, nachdem ich das alles eingegeben habe, ins Hotel eingegeben. Und das ist natürlich der Zukunftstraum aller Digitalkonzerne, dass alles nur noch auf diese Art und Weise funktioniert. Das Ganze ist natürlich ganz verheerend deswegen, weil das Ganze bedeutet nichts anderes als den Tod des Mittelstandes. Also der Mittelstand wird auf diese Seite, auf diese Weise natürlich völlig ausgerottet werden. Also wir sehen ja auch, dass die Digitalindustrie heute voll darauf setzt, die Plattformindustrie überall, die Plattformökonomie überall zu intensivieren und weiter fortschreiten zu lassen. Also im Bereich der Hotels, die ich jetzt gerade erwähnt habe, ist das natürlich Booking.com. Booking.com macht ja heute, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Hotelbuchungen aus. Und Booking.com hat ja seine eigenen Bedingungen, die zum Beispiel kleine Hotels niemals erfüllen können. Also wenn Sie irgendwo so eine kleine Gaststätte haben mit sechs Zimmern, dann können Sie nicht damit einverstanden sein, dass die Leute zwölf Stunden vor dem Einchecken noch das Ding stornieren können. Das bringt Sie als Unternehmen dann einfach auch langfristig um. Und Sie können denen auch nicht ständig irgendwelche Boni gewähren oder irgendwelche Nachlässe gewähren, aber Booking.com hat auf diese Art und Weise mit dieser ganzen raffinierten Geschäftstechnik sich das Hotelgewerbe, gerade das mittelständische Hotelgewerbe, weitgehend unterworfen und von sich abhängig gemacht. Genau wie andere Unternehmen in diesem Bereich, also wir wissen, dass Lieferando sich im Moment die Gastronomie unterwirft. Lieferando hat mal angefangen damit, dass Sie also die Zulieferung, das Catering übernommen haben vom Restaurant zum Endkunden, haben aber damit aufgehört, dass Sie selbst Webseiten für die Restaurants erstellen, Google dafür viel Geld bezahlen, dass diese Webseiten vor den wirklichen Webseiten der eigentlichen Gastronomen stehen und dass dann alle Bestellungen, die über das Internet laufen, zuerst bei Lieferando reinkommen. Und Lieferando erhöht dann seinen Anteil, die haben irgendwann mal angefangen mit wenigen Prozent, sind im Moment im hohen zweistelligen Bereich, also kassieren da richtig ab und erwürgen so ganz langsam die kleine und mittlere Gastronomie, sodass irgendwann nur noch die ganz großen Kettenunternehmen da mit dabei bleiben können. Also wichtig ist, dass diese ganze Ausrichtung auch des World Economic Forum eigentlich der Förderung dieser Umwälzung im großen Finanzsystem gedient hat. Und dann kommen wir dann so langsam zum Schluss. Wichtig sind zwei Bücher, die Klaus Schwab in diesem Rahmen geschrieben hat. Also das erste Buch war die vierte Industrielle Revolution. Das hat er 2016 veröffentlicht. Da steht ganz klar drin, wie unsere Zukunft aussehen soll. Und da muss man sagen, da verliert Klaus Schwab auch so ganz langsam den Boden unter den Füßen, weil für Klaus Schwab ist es so, dass unsere Zukunft in der biometrischen Konvergenz liegt. Also in der biologisch-digitalen Konvergenz. Also er möchte gerne, dass die biologische Sphäre mit der digitalen Sphäre verschmilzt. Und er meint, das würde dann darüber passieren, dass den Leuten irgendwann Chips ins Gehirn eingepflanzt sind, sodass man nicht mehr an seinen Rechner gehen muss, um bei Google nachzugucken, sondern dass man über seine Gedanken sich einklinken kann bei Google und dann diese ganzen Informationen abrufbar hat. Erschreckend sind die ganzen Versuche, die in diesem Bereich inzwischen unternommen werden. Es gibt eine ganze Menge Start-up-Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Es gibt auch die Firmen von Elon Musk, die in diesem Bereich tätig sind. Und da sind wirklich erschreckende Dinge möglich. Also ich verweise da nur im Moment so auf die synthetische Biologie, die ja ganz stark vorangetrieben wird. Dann auf den ganzen Bereich der Agrochemie, die ja heute immer mehr die ganze Agrikultur beherrscht. Und diese ganze Agrochemie wird ja heute auch durch diese angebliche klimaschützende Agenda bevorzugt und ins Geschäft gebracht. Also da passieren wirklich Dinge, die sind langsam angsteinflößend. Und was das Ganze für uns bedeutet, das hat Klaus Schwab ja in seinem letzten Buch wirklich klargemacht, The Great Reset, in dem Buch The Great Reset, was ja nun erschienen ist, komischerweise im Juni oder im Juli 2020. Also wer Bücher schreibt, weiß, dass Bücher eine lange, lange Vorlaufzeit haben. Aber in diesem Buch beschreibt er die Pandemie ganz genau so, wie sie tatsächlich vonstatten gegangen ist, wie sie passiert ist. Und nennt die Pandemie ein zeitliches Fenster, das die Möglichkeit gibt für eine zeitlich beschränkte, völlige Veränderung der Welt im Sinne des digital finanziellen Komplexes, den er natürlich nicht beim Namen nennt. Also er spricht immer von der Verbesserung des Menschen, die Anhebung des Menschen auf eine neue Stufe, auf diese biodigitale Stufe und er meint, dass die Pandemie dazu dieses Zeitfenster eröffnet hat. Und in diesem Zeitfenster befinden wir uns heute und wir sehen ja im Moment, dass diese Agenda bisher sehr gut funktioniert hat. Weil man muss sagen, die Wirtschaft in unserem Land hat noch nie so gelitten wie in den letzten sechs Monaten. All das, was um uns herum passiert, passiert nicht mit irgendwelchen, also passiert nicht zu unseren Gunsten. Alles, was im Moment passiert, wird uns in der Zukunft dramatisch schaden. Also wir erleben zurzeit wirklich den Frontalangriff auf den Mittelstand. Wir erleben aber auch den Frontalangriff auf den Lebensstandard von uns allen. Also mit Ausnahme von einigen wenigen, die gerade im Digitalbereich arbeiten oder im oberen Finanzbereich, die sich natürlich auch absichern. Wir müssen also auch dabei mal unseren Blick auf diese Leute richten. Es ist ganz interessant, dass viele große Investoren im Moment gerade dabei sind, aus den Finanzmärkten rauszugehen. Also was wir gesehen haben in den letzten zwei Jahren, ist das vorsätzliche Zusammenbrechen aller Finanzmärkte mit der absoluten Plünderung des Finanzsystems, mit irreparablen Schäden. Das Finanzsystem, so wie es jetzt existiert, kann nie wieder zum Leben erweckt werden, zu einem vernünftigen Leben. Das wird jetzt nur noch bis zu seinem letzten Endpunkt geplündert. Und was wir unbedingt wissen müssen, dass es im Hintergrund eine Agenda gibt für das, was danach passieren soll. Also das, was danach passieren soll, ist, dass das Bargeld vollkommen abgeschafft werden soll, dass wir alle nur noch digitales Zentralbankgeld benutzen sollen. Das heißt, wir alle sollen nur noch ein einziges Konto haben und dieses eine Konto soll bei der Zentralbank liegen, sodass die Zentralbank über jeden von unseren Finanz- oder Zahlungsvorgängen informiert ist. Wir sollen keine Konten mehr bei den Geschäftsbanken haben. Die Geschäftsbanken sollen auch ihr Kreditvergabesystem, das soll aufhören, die werden also keine Kredite mehr vergeben, Kredite werden nur noch über die Zentralbank vergeben. Die Geschäftsbanken werden dann ein neues Modell bekommen, die werden nur noch das machen, was sie bisher gemacht haben, im Wertpapierbereich, im Spekulationshandel und so weiter. Also das wird ein völlig neues Finanzsystem, aufbauend auf digitalem Zentralbankgeld. Und da sind wir eigentlich beim Schlüsselpunkt im Moment, weil dieses digitale Zentralbankgeld unterwirft uns alle ja der absoluten Allmacht des Staates und der Zentralbank. Und das spricht sich natürlich schnell rum, also es gibt ja heute schon ganz viele Leute, die das wissen, dass wir dann alle zu 100 Prozent vom Staat und von der Zentralbank abhängig sind. Weil digitales Zentralbank bedeutet, wir können individuelle Steuersitze bekommen, wir können individuelle Zinssitze bekommen, uns können Strafzahlungen aufgebrummt werden, uns können auch Sonderzahlungen aufgebrummt werden, das Geld kann an geografische Gegebenheiten gebunden werden, das kann uns also gesagt werden, du darfst das Geld nur in dem Bereich ausgeben, das Geld kann an ein Ablaufdatum gebunden werden, das heißt, das Geld, was dann ausgezahlt wird, das kann mit der Bedingung herausgegeben werden, dieses Geld ist aber nur für 30 Tage gültig oder für 60 Tage oder 90 Tage. All das ist inzwischen schon getestet worden, weil es gibt Länder, in denen die Vorbereitung für das digitale Zentralbankgeld schon weit, weit vorangeschritten ist, also in China hat man dieses Geld mit Ablaufdatum schon ausprobiert und das Allerwichtigste ist natürlich, die Zentralbank wird in der Lage sein, uns, wenn wir uns zum Beispiel kritisch über die Politik äußern, uns von allen Finanzflüssen abzuschneiden. Also es wird möglich sein, den Einzelnen dann finanziell total lahmzulegen. Und wir haben ja gesehen, wie das passiert, also dass es möglich ist, haben wir jetzt gesehen in Kanada, wir sehen es teilweise in Holland, wo den Leuten da die Konten dann einfach gekündigt werden, deswegen, weil sie politisch unliebsam sind. Also all das droht uns und das kriegen die Leute natürlich mit. Und deswegen werden die Leute dieses Geld natürlich nicht in großen Scharen freiwillig akzeptieren. Aber auch dafür gibt es einen Plan und dieser Plan läuft im Moment. Dieser Plan sieht so aus, dass man die Wirtschaft zerstört, dass man ein ganz großes Heer von Arbeitslosen erzeugt und dass man diesen Arbeitslosen am Schluss statt Hartz IV oder statt Bürgergeld das digitale Zentralbankgeld in der Form von universellem Grundeinkommen einbietet. Auf diese Art und Weise hat man die Leute dann in der Falle. Also wenn man so weit ist, und das ist genau das, was ich sehe im Moment, wo diese Entwicklung, in der wir uns im Moment befinden und die weitgehend vom Hintergrund vom WEF gesteuert wird, die vom digital finanziellen Komplex gesteuert wird, die legen es im Moment darauf an. Die wollen jetzt die endgültige Entscheidung. Die haben die Entscheidung jetzt mehrere Jahre vor sich hingeschoben. Das Finanzsystem, unter dem wir leben, ist seit 2008 spätestens eigentlich tot. Ist jetzt nochmal für 14 Jahre am Leben erhalten worden. Wir sind seit zwei Jahren am Endpunkt angekommen. Das System kann nur noch geplündert werden. Jetzt heißt es, das System so lange plündern, bis es in sich zusammenbricht und dann hinnehmen, dass es Millionen und Abermillionen von Arbeitslosen gibt, dass es zu Bürgerkriegen kommt und dann aufzuwarten mit einer Art humanitärem Akt und diesen armen, gebeutelten Menschen dann anbieten. Passt auf, wir geben euch das universelle Grundeinkommen. Das wird dann so aussehen, dass man den Leuten anbietet, entweder 1.000, 1.200, 1.500 Euro im Monat. Aber diese 1.500 werden natürlich nicht aus humanitären Gründen angeboten, sondern die müssen angeboten werden, deswegen, weil unsere Wirtschaft konsumgetrieben ist. Wenn wir zu viele Arbeitslose haben, fallen diese Leute alle als Konsumenten aus. Die holt man so wieder in das System rein als Konsumenten und sagt ihnen aber, ihr müsst auch die Wirtschaft ankurbeln und das geht nur über das Ablaufdatum. Das heißt, dieses universelle Grundeinkommen wird mit hoher Sicherheit an ein Ablaufdatum von 30 Tagen gebunden sein. Das heißt, es wird zum ersten des Monats ausgezahlt und es wird am Ende des Monats dann seine Gültigkeit verlieren. Und auf diese Weise wird man dann versuchen, die Wirtschaft zumindest über eine ganze Zeit lang in Gang zu halten. Das große Problem, was im Hintergrund schlummert, ist, dass dieses Konzept auf Dauer nicht funktionieren wird, weil Geld so nicht funktioniert. Das ist jetzt eine neue Theorie, das ist die Modern Monetary Theory, auf die sich alle berufen. Und diese Modern Monetary Theory ist keine Geldtheorie, sondern ist nichts anderes als eine opportunistische Verwissenschaftlichung von politischen und wirtschaftlichen Interessen, und zwar den Interessen derer, die im Moment die Macht in der Hand haben. Und das große Problem unserer Gesellschaft ist, dass diese Macht sich in immer weniger Händen konzentriert. Und diese ganz wenigen Menschen, die heute im Moment noch das ganze Geschehen bestimmen, das sind im Moment so wenige und die halten so bedingungslos an ihrer Macht fest und haben natürlich Angst, dass die Mehrheit irgendwann mal mitkriegt, dass es tatsächlich so wenige sind. Und ich glaube, dass wir ganz nah auch an dem Zeitpunkt dran sind, wo die große Mehrheit der Leute begreift, wie sie hier hinters Licht geführt wird. Und ich denke, dass die größte und wichtigste Botschaft unserer Zeit ist, dass die Macht der Leute, die das alles anrichten, die das WEF führen, die den digital finanziellen Komplex führen, dass deren Macht sich nicht gründet auf das viele Geld, was sie haben und nicht darauf gründet, dass die ganze Armeen für sich einsetzen, gründet, sondern deren Macht gründet sich darauf, dass die Mehrheit der Menschen das alles nicht versteht. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem es sehr einfach sein wird, den Leuten das zu erklären, weil die Leute das an ihrem eigenen Leib spüren werden in der nächsten Zeit. Wir werden in der nächsten Zeit eine Inflation haben, die sich gewaschen hat. Die Inflation wird nicht aufhören. Die wird in bestimmten Bereichen tatsächlich, wird es vielleicht sogar zu einer Deflation kommen, weil natürlich bestimmte Bereiche einbrechen, da wird es keine Nachfrage mehr geben. Aber der wichtigste Bereich der Gesellschaft, das ist der Nahrungsmittelbereich. Und in dem Bereich wird die Inflation im Moment auf horrende Weise angetrieben. Also wir sehen, wie im Hintergrund das WEF und der digital finanzielle Komplex daran arbeiten, dass der Dünger überall verknappt wird auf der Welt, dass aus Klimagründen den Bauern verboten wird, irgendwelche Nitrate zu benutzen. Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass die Hungeraufstände, die wir gerade in Sri Lanka erlebt haben, die gehen zurück darauf, dass die Regierung sich auf die Anweisungen der WHO und der UNO im Rahmen der 2030er-Agenda berufen haben und den Bauern verboten haben, bestimmte Dünger einzusetzen. Darauf gehen diese Hungeraufstände zurück. Die ganzen Bauernproteste in Holland gehen darauf zurück, dass die Regierung jetzt plötzlich erkannt hat, wir müssen zugunsten des Klimawandels, müssen wir den Bauern verbieten, bestimmte Nitrate einzusetzen. Also es ist eine völlig irrwitzige Agenda, die da verfolgt wird, aber die wird im Moment mit Nachdruck verfolgt. Und man versucht so die Leute immer weiter unter Druck zu setzen. Aber ich denke, dass die ganzen Folgen davon, also die Massenarbeitslosigkeit, die uns erwartet, ich fürchte auch, dass wir mit Bürgerkriegen rechnen müssen, auf jeden Fall müssen wir damit rechnen, dass Läden geplündert werden irgendwann, weil die unteren Einkommensschichten, die leiden jetzt schon so sehr. Also wir haben ganz viele Mitbürger, die zwischen 1.000 und 1.500 Euro im Monat einnehmen und wirklich nicht mehr haben und heute ihr Essen kaum noch bezahlen können. Ich sehe es bei mir in Berlin, ich sehe immer mehr Rentner, die nachts da von Eimer zu Papierkorb, zu Papierkorb ziehen, um da irgendwelche Flaschen zu sammeln, in neuerdings leider auch schon nach Essensrechten zu sammeln. Also da ist eine ganz, ganz schlimme Entwicklung unterwegs. Aber ich denke, je mehr Leute das merken, dass diese Agenda verfolgt wird und je mehr Leute mitkriegen, dass das mit Absicht passiert, also wenn man sich solche Interviews ansieht, wie das letzte, was unser Wirtschaftsminister gegeben hat, in einer der Talkshows, wo er wirklich sich so unvorstellbar blamiert hat, also jeder andere hätte sich dann wahrscheinlich auf die Seychellen verzogen und einen neuen Namen angenommen, aber diese Leute, die sind ja noch stolz darauf. Aber man muss sagen, diese Leute sind wirklich auf ihre Dummheit, auf ihre Inkompetenz auch noch stolz und das können sie in gewissem Maße auch sein, weil sie haben es ja immerhin geschafft an die Spitze dieser Gesellschaft, aber sie haben es nicht deswegen geschafft, weil die Mehrheit sehr davon überzeugt war, dass sie so kompetent sind, sondern weil sie auf diese ganzen durchtriebenen Wege von hinten gefördert wurden und über Manipulationen in ihre Ämter gebracht werden. Und wie gesagt, vor uns liegt eine ganz gewaltige Zeit der Umbrüche, aber ich glaube ganz fest daran, dass das Wichtigste in dieser Zeit auch die Aufklärung bleiben wird und ich bin fest überzeugt, wenn eine große Zahl von Menschen begreift, was da losgeht, dann werden wir auch Lösungen finden. Also es ist in der Geschichte der Menschheit immer gewesen, dass die großen Erfindungen immer aus großer Not entstanden sind. Es ist nicht so, dass die großen Empfindungen von Leuten gemacht wurden, die irgendwo in ihrer Hängematte auf den Seychellen den schönen Sonnenstrahl genossen haben, sondern es waren immer große Probleme, die zu großen Lösungen geführt haben. Und wie diese Lösungen im eigenen Einzelnen aussehen, das kann ich heute auch noch nicht sagen. Ich spreche hier über die makroökonomischen Zusammenhänge, aber eins, was ich sagen kann, was ganz wichtig sein wird, ist die Regionalisierung. Es wird ganz wichtig sein, kleine Ansätze zu finden, sich diesen ganzen Wahnsinn im kleinen Bereich zu entziehen. Ich fordere auch immer die jungen Leute auf, wenn ihr wirklich digital irgendwas machen wollt, dann gründet digital regionale Netzwerke, dann schafft endlich mal digitale Kryptowährungen, die nur im Umkreis von 300 Kilometern funktionieren, damit auch der Mittelstand davon profitieren kann, weil immerhin ist es so, ohne den Mittelstand wird diese Gesellschaft nicht weiter existieren. Diese Gesellschaft, also mehr als 60 Prozent der Leute, die arbeiten, kriegen ihr Geld im Mittelstand. Die gesamten Leute, die ausgebildet werden, mehr als 95 Prozent werden vom Mittelstand ausgebildet. Die Großunternehmen bilden kaum jemanden aus und die ganzen Steuern, die in diesem Land gezahlt, die zahlt der Mittelstand. Die Großunternehmen, Amazon zahlt überhaupt keine Steuern hier. Andere Unternehmen wie Apple oder Alphabet, die zahlen zwei bis drei Prozent. Der Mittelstand ist es, der zweistellige Summen an Steuern zahlt. Und ich denke, deswegen sollten wir auch in dieser Phase jetzt wirklich nicht resignieren, auch wenn alles im Moment sehr dunkel aussieht, werden immer dunklere Wolken am Himmel aufziehen. Aber ich glaube, dass diese dunklen Wolken auch einigen so einen Regenschauer verpassen werden, dass die anschließend die Augen öffnen werden und sehen werden, was wirklich um sie herum passiert. Und wenn ich dazu heute einen Beitrag leisten konnte, dann freut mich das. Vielen Dank. Danke.